Mein Name ist Matthias Breit, ich wohne am Samerweg in Absam und habe so wie viele andere Absamerinnen und Absamer Mitte Juni ein Schreiben der HAL AG erhalten. Angebot zum Abschluss eines neuen Stromliefervertrages, so wie bei vielen anderen gibt es auch bei mir offene Fragen und daher habe ich mich an Dr. Domenico Rief von der Arbeiterkammer Tirol gewandt. Meine Frage an ihn lautete, ich habe einen neuen Vertrag der HAL AG zugesandt bekommen, wie verhalte ich mich richtig? Die HAL AG hat ja im vergangenen Jahr die Preise sehr stark erhöht und auch das entsprechende Informationsschreiben war für die AK zu wenig transparent, darum haben wir die HAL AG geklagt und im Zuge dieser Klage gab es dann auch außergerichtliche Verhandlungen und ein Ergebnis ist eben das, dass der Arbeitspreis mit 1. Juli sinkt. Er sinkt aber auf Wunsch der HAL AG nicht im bestehenden Vertrag, sondern mit Abschluss eines neuen Vertrages. Das heißt, er sinkt von jetzt knapp 35 Cent pro Kilowattstunde auf die jetzt 25 Cent 14 brutto pro Kilowattstunde. Darum ist der neue Vertrag auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber dem Bestandsvertrag, weil man einfach 10 Cent weniger pro Kilowattstunde bezahlt. Der Grundpreis bleibt gleich, also diese 3,60 Euro im Monat, die mussten Sie jetzt bisher schon zahlen bei der HAL AG, aber das wird auch beim neuen Vertrag gleich bleiben. Also das ist sozusagen der Basisbetrag pro Monat zu zahlen, die 3,60 Euro und die 25,14 Cent pro Kilowattstunde, die sind eben verbrauchsabhängig zu bezahlen. Wobei jetzt derzeit ja noch die Strompreisbremse gilt, das heißt faktisch zahlt man derzeit bis 2.900 Kilowattstunden Jahresverbrauch nur 10 Cent pro Kilowattstunde netto. Also man merkt von dieser Erhöhung, wenn man einen geringen Verbrauch hat, recht wenig, weil man sozusagen nur von diesen 15 Cent mehr die Umsatzsteuer bezahlt. Unsere Empfehlung ist daher, dass Sie den neuen Vertrag auf jeden Fall annehmen. Das können Sie entweder, indem Sie die Unterlagen unterschreiben und zurückschicken oder indem Sie online auf der Seite der HAL AG diesen neuen Vertrag abschließen. Ich habe das Schreiben der HAL AG am 16. Juni erhalten und auf dem beigelegten Vertragsformular steht der neue Vertrag gilt ab 1.7. Das ist relativ wenig Zeit, sich zu informieren und sich da zu entscheiden. Ja, das ist leider etwas, was auch uns sehr stört. Wir haben Anfang Mai die Verhandlungen mit der HAL AG geführt, haben die dann abgeschlossen, glaube ich am 5., 6. Mai herum, haben mit 1. Juni auch das Schreiben bekommen zur Information und freigegeben, damit die Inhalte sozusagen geprüft sind, dass sie dementsprechend was wir ausgemacht haben, dass es nämlich ein unbefristeter Vertrag ist, der neue Vertrag, also nicht befristet stattfindet und auch jederzeit kündbar ist, also ohne Bindungsfrist. Und das war uns wichtig, dass jeder, der den neuen Vertrag annimmt, nicht schlechter gestellt ist, als wenn ein alten, unbefristeter Vertrag bleibt. Das heißt, es ist wieder unbefristet und es hat keine Bindungsfristen. Leider hat dann die HAL AG sehr lang gebraucht, um das Schreiben tatsächlich in die Haushalte zu bekommen. Also es ist ja, glaube ich, um den 16. Juni erst dann zugestellt worden und dann mit einer sehr kurzen Frist, dass man bis Ende Juni entscheiden muss, das anzunehmen oder nicht anzunehmen. Das stresst natürlich sehr viele Menschen, die das bekommen haben, weil sie sich zuerst erkundigen möchten, weil sie nicht genau wissen, was kommt ab sie zu. Aber wir können grundsätzlich sagen, nach Gesprächen mit der HAL AG, dass man auch später noch umsteigen kann. Je später man umsteigt, desto länger zahlt man natürlich den hohen Tarif. Jetzt ein Nachteil, also je früher man umsteigt, desto besser für den Einzelnen oder die Einzelne. Und wer aber gar nicht umsteigen will, den wird die HAL AG dann früher oder später aus diesem Vertrag auf jeden Fall rauskündigen, aus dem Altvertrag, aus dem teureren Altvertrag, weil die HAL AG jetzt sozusagen all ihre Verträge umstellen möchte auf das neue System. Man hat ja von der HAL AG nur sehr wenig Zeit bekommen, diesen Vertrag zu unterzeichnen und zu retonieren. Was passiert, wenn man aus welchen Gründen auch immer bis 30. Juni den Vertrag nicht an die HAL AG zurückschickt? Wird einem dann ab 1. Juli der Strom abgedreht? Das ist es sicher nicht, weil es braucht zuerst immer eine Kündigung. In den jetzigen Schreiben kommt das Wort Kündigung ja nicht vor. Das heißt, die HAL AG kann danach, wenn nichts unterschreibt, jeden kündigen und Einhaltung einer achtwöchigen Kündigungsfrist. Das heißt, ab Zustellung des nächsten Schreibens laufen auf jeden Fall noch acht Wochen, bis der Strom abgeschaltet werden darf. Wenn man auch in diesen acht Wochen sich nicht entscheidet, in den Neuvertrag umzusteigen und auch keinen anderen Anbieter sucht und dann einen Anbieterwechsel vornimmt, dann muss die HAL AG als Netzbetreiber jeden Kunden vor der Abschaltung noch einmal ein bis zwei Wochen vorher informieren, dass die Abschaltung droht. Das heißt, da kommen auf jeden Fall mindestens noch zwei Schreiben. Worauf sollte man denn achten, wenn man den Anbieter wechseln will? Wenn man Anbieter wechseln will, das steht natürlich jedem offen, gibt es auf der Homepage der e-Control und der Tarifkalkulator eine Liste. Da gibt man nur ein, die Postleitzahl von HAL oder Umgebung und seinen Jahresverbrauch, seinen bisherigen. Und dann wirft dieser Tarifkalkulator alle Tromanbieter aus, die derzeit in HAL Strom anbieten würden. Also es sind sowohl regionale Anbieter, also die DIWAC oder andere Tirol-Anbieter, als auch überregionale Anbieter, also Anbieter aus anderen Bundesländern oder Privatanbieter, die österreichweit anbieten. Und dort gibt es natürlich jetzt durchaus Angebote, die eher mit Vorsicht zu genießen sind aus unserer Sicht. Es gibt die Floater-Tarife. Das sind Tarife, das sind keine Fix-Tarife, sondern die hängen an den Börsenpreisen. Gehen die Börsenpreise rauf, geht der Tarif automatisch mit rauf, gehen sie runter, geht der Tarif runter. Man bekommt aber keine gesonderten Informationen schreiben, wie hier jetzt bei der HAL AG, dass der Preis eben rauf oder runter geht, sondern das sieht man erst in der Enderbrechnung. Oder online, wenn man halt reinschaut den Tarif. Aber wenn man den nicht regelmäßig verfolgt, ist das natürlich ein Nachteil, weil gerade letztes Jahr, wo es dann plötzlich sehr stark nach oben gegangen ist an den Börsen sind, die mit diesen Floater-Tarifen auch explodiert die Preise. Und viele haben es eben erst dann mit der Enderbrechnung gemerkt. Also die Floater-Tarife, von denen würden wir eher abraten, wenn man sich nicht regelmäßig mit Energiebörsen befasst. Ansonsten gibt es Tarife, die einen Rabatt haben, einen Umstiegsrabatt. Da gilt aber meistens nur eine bestimmte Zeit. Da muss man also genau hinschauen, dass man nicht glaubt, man zahlt jetzt immer so wenig, sondern es ist oft befristet, dieser Rabatt. Dann gibt es Tarife mit Bindungsfristen bis zu einem Jahr. Das heißt, man kommt auch, wenn die Preise weiter fallen würden, nicht mehr aus dem Vertrag raus. Da muss man also auch derzeit aufpassen, weil die Tendenz eher nach unten zeigt. Das heißt, es dürfte eher billiger als teurer werden. Und je längerfristig man sich bindet, desto länger bleibt man natürlich bei dem Tarif, den man ausgewählt hat. Also für diese Dinge muss man achten, wenn man einen neuen Tarif nimmt, also Bindungsfristen und Floater-Tarife sollten vermieden werden. Und bei den Rabatten muss einem klar sein, dass die nur bestimmte Zeit lang gelten und danach eben nicht mehr gültig sind. Und ob der Preis dann nach oben oder nach unten geht, muss man dann eben wieder anschauen und gegebenenfalls noch einmal wechseln. Ist halt mit mehr Aufwand verbunden. Was passiert jetzt konkret, wenn ich den neuen Vertrag der Hall AG unterzeichne? Also wir haben mit der Hall AG ausgehandelt, dass die Kunden an diesen neuen Vertrag nicht gebunden sind. Das heißt, wer drei Wochen nach Unterzeichnung des Vertrages zum Schluss kommt, dann möchte es doch wechseln, kann das mit Einhaltung einer zweiwöchigen Kündigungsfrist jederzeit tun. Das heißt, man kommt jederzeit wieder aus dem Vertrag raus. Auf der anderen Seite hingegen ist die Hall AG an den Preis gebunden. Das heißt, bis 30. Juni 2024 dürfen die Preise, die jetzt drin sind, also diese 25,14 Cent pro Kilowattstunde nicht erhöht werden. Ich habe natürlich auch bei der Hall AG angerufen, um mich zu informieren. Die Auskunft war, warum ich denn den neuen Vertrag nicht sofort unterzeichne, weil der Strom doch billiger werde. Wir reden jetzt natürlich von einer Verbilligung seit der letzten Erhöhung. Das heißt, nur der derzeit gültige Preis, den jetzt alle Kundinnen und Kunden der Hall Hall AG zahlen, ist eben 10 Cent höher. Das liegt bei 35 Cent. Vor der ganzen Krise, also vor eineinhalb Jahren, war der Preis natürlich noch deutlich billiger, als er jetzt ist. Gibt es von Ihrer Seite zum Schluss noch Hinweise für diejenigen, die diesen Vertrag unterzeichnen wollen? Es ist natürlich immer sinnvoll, Verträge in zweifacher Ausweitung zu haben. Es werden natürlich da sehr viele Zettel mitgeschickt. Darum ist es bei den Stromanbietern durchaus üblich, dass Sie nur einen Zettel mitschicken. Aber heutzutage hat fast jeder ein Smartphone. Ein Foto davon zu machen, macht sicher Sinn. Können Sie noch etwas darüber sagen, aus welchem Posten sich die Stromrechnung zusammensetzt? Die Preise, die jetzt erhöht werden, sind die Arbeitspreise. Und die Stromrechnung besteht nicht nur aus dem Arbeitspreis, sondern eben auch dem Grundpreis, der gleich bleibt. Und aus den Netznutzungsentgelten. Die Netznutzungsentgelte, die werden aber behördlich festgeschrieben. Die setzt nicht die Halle AG selbst fest, sondern eben die E-Control als Behörde. Und natürlich ist derzeit bei diesen hohen Preisen der Arbeitspreis der überwiegende Teil der Rechnung. Aber es kommt eben noch hinzu, auch pro Kilowattstunde, das Netznutzungsentgelte. Das ist Netzverlustentgelte und die Netznutzungsentgelte gemeinsam. Die machen auch noch einen Teil der Gesamtkosten aus, die eine Energierechnung eben ausmachen. Dazu kommen noch eine Abgabe dazu, die auch noch zu zahlen ist. Die ist aber momentan nicht sehr hoch. Und auch die erneuerbaren Förderbeträge, die wir letztes Jahr noch zahlen mussten, die sind heuer ausgesetzt. Also die kommen derzeit nicht dazu zur Rechnung. Vielen herzlichen Dank.